hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute overwatch rangliste und mit dabei ist maddie wir wollten gar nicht an das zu spielen das war also sehen der aaron hätte ich gedacht ja pass auf wir spielen jetzt ja normal ist einfach weil ich zu falkman rank zu spielen man verkauft doch keiner wissen kackt das egal ich wache über dich das ist laut ich muss noch kurz leiser machen moment dann spielen wir halt jetzt ringt auf volks kaya industries tolle map wo seid ihr alle die map die ich zuletzt gespielt habe ja und verloren bestimmt gewonnen nice schild bekommen erst mal ein bisschen rumsprayen wie die coolen kids aus der großstadt ja jetzt ein roadblock was machst du da was hier hin so ach so wow erst mal überspray so wen gebe ich jetzt hier ein damage boost mccree ich glaube der weiß was er macht wir werden so hart verlieren das ist unglaublich das weiß ich jetzt schon marin war bist du wieder so low hat ja wie mir einfach mal einmal der hier 20 prozent bringt ach vom von der ulti her ne krass richtig stark so wo ist ein mcree hier wie heiße symmetra fast down rein hat hier hoch ein scheiße was war das denn triffst du auch mal deinen hook oder sowas wir haben bis jetzt zweimal geworfen wir haben bis jetzt zweimal geworfen wir haben uns heute getroffen marin da weißt du weil du es bist wow danke das ist so nett für dich natürlich extra für dich was glaubst du denn hier sind doch bros kollegen freunde ja mehr fällt mir nicht ein ähm 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 was äh nix gar nix wir sind freunde kumpel mates 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 triffts doch das passt gut so gleich ist die ulti wieder voll so wo ist das doch endlich getroffen he 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 wow ich war leider nicht ganz drauf sorry hat keiner gesehen der reinhard wo will der denn hin vorsicht hier ist äh ulti und so ich hab den namen vergessen wie heißt die denn nochmal diva diva stimmt so hieß die olle hey der punkt da ist lucio drauf den ziehe ich jetzt den gönne ich mir ja mach das mal he 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 da kommt der hook von der seite und natürlich nichts nichts die ich dachte du wärst im rotok mail here ist schon mal ein 5 main oder so ach doch da oben der geht zum punkt er geht zum punkt er geht zum punkt Knickers-Essen. Ohohoho. Sorry. Lächerlich. Vorsicht. Oh, voll abbekommen. Hey. Hör mal, wer der Hämmer ist. Das ist unser Format auf YouTube. Hör mal, wer der Nagel ist. Nein. Nicht wer der Nagel ist. Bei dir vielleicht. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich glaube, ich gehe drauf. Scheiße, da kann man ja nichts machen. Oh, nee, 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 nee. Egal. Wir machen das. Okay. Wir verlieren das. Wo ist der Teleporter? Der in den ersten Punkt. Ja, der wird zerstört. Ja, der wird scheiße gesetzt, würde ich sagen. Oh, jetzt. Ich habe den Pfad geöffnet. Ja. Der McField ist erstmal vorbei. Schnell durch. Ähm, scheiße. Oh, die haben Farrah oder sowas. Seit wann das denn? Farrah direkt vor Basis. Martin, hast du? Keine Farrah mehr. Was? Also keine Farrah mehr. Okay. Gut Job. Teleporter ist down. Hier, Macri. Martin. Ich muss leider wieder hier beiseite gehen. Oh, kann er nicht mal hier helfen? Warum macht denn Kai den Reinhardt, ey? Immer bekomme ich von dem auf den Sack. Ist doch scheiße. Der Torbjörn, der bringt's nicht. Der ist... Der hat dir sein Geschütz, der mich total schwachst, nicht gesetzt. Oh, da ist doch wieder Bronze hier. Oh, shit. Wo ist mal den? Damage Boost. Mach was. Oh, diese Fäger wieder. Wer braucht ein Heal? Mali, du da vorne? Oh, wieder nicht getroffen. Gut Job, Mali. Gut Job. Hat uns weg. Das Geschütz ist wieder down. Wer hätt's gedacht? Irgendwer ist hinten. Ja, ist der Rainer. Den mach ich jetzt. Ja, ich brauch Hilfe. Der ist zu stark. Wie, heilt mich? Der ist doch fast full life. Oh nein. Ich hör ihn schon. Okay. Glück gehabt. Kann ich nochmal den Looster hier wegmachen? Der geht schon wieder auf den Sack. Symmetra haben wir nicht mehr, ne? Ja. Mach ich jetzt mal Torbjörn, ne? Toll. Guter Tausch. Ulti. Ja, ich auch. Oh, was geht denn da ab? Haben wir jetzt auch einen Torbjörn? Ne, Bestchip. Jawoll. Das ist mal den Damage-Boost. Herauf. Wie ich ihren Mech einfach weggeballert habe. Sehr gut. Oh, nice. Oh, wir halten das. 2 Gold, 2 Silber, 1x Bronze. Was ist los? Das ist der Boss. Mit Doppel-Z. Weil das cool ist. Gehen wir nicht so weit raus. Falls sie gleich hier wieder was starten wollen. Oh, was geht denn da ab? Los, ja. Von wo? Von was? Rechts. Oh, dieser Bestchen ist ja wohl auch scheiße. Oh, no. Oh! Oh, scheiße. Ich glaube, ich bin gleich down. Irgendein Hammer ist da. Okay, doch nicht. Ach, hier ist ein Medipack. Stimmt. Hast du vergessen? Ja, McQui. Nice, Maddie. Damage-Boost. Kill die mal. Da ist ein Reinhard hinter mir. Wie war's? Wo ist ein Reinhard hinter mir? Ich muss den Punkt. Der war ein Reinhard. Schaffen. Auf geht's. 30 Sekunden noch. Oh nein, jetzt kommt die Bestchen-Ulti. Ja, ich hab... Ich hab den Muck. Und ich bin... Filter zu entschlossen, ihn zu treffen. Dann mach mal. Down ist er. Nice. Halten wir das noch? Das Unmögliche... Oh, Vorsicht! Der... Ja. Diva-Mech-Ulti-Mannfrau. Fair von hinten, fair von hinten. Ich war grad im Lusio drin. Oh, scheiße. Hier passiert so viel. Okay, der Reinhard hat mich... ...in einer geknüppelt. Nicht verlieren. Komm schon. Was machen wir? Auf geht's. Jungs. Den Punkt halten. Yes. Weiß ich nicht. Die ist neu. Yes. Too easy. Too easy. Zweimal Gold, zweimal Silber. Jawoll. Nice. Sehr schön. So, wir nehmen jetzt... Soll ich mal Anna probieren? Anna am Ranked? Nee, ne? Mach, was er willst, ne? Nee, die ist zu kacke. Okay, los geht's. Noch mal Roadtalk. Okay, Lucio. Yeah. Auswählen. So. Wen brauchen wir noch alles? Auf Angriff. Also wir wollen noch... Irgendwie... ...Kang? Irgendwie... ...Reinhard oder so? Ne, Reinhard. Ja, das wär ganz nice. Vielleicht noch Mercy zum Retzen. Los geht's, lass uns gemeinsam was reißen. Na ja. Tracer wär noch ganz witzig. Aber jetzt haben wir dafür... ...Kann ich mal noch schüttchen. Okay. Guter Plan. Kann man schon sehen, wie die alles haben? Vielleicht draußen irgendeiner? Ja, Farah gleich oben direkt. Erster Turm. Oder erstes Haus, eher gesagt. Du weißt, was ich meine, ne? Draußen gleich. Äh. Äh, die ist hinter uns. Wo will die hin? Ha! Oh nein! Jetzt bin ich auf dem Eis. Ich bin tot. Was ist denn das? Seit wann bricht ich man da ein? Lächerlich. Toll. Wir haben ne, äh... ...Metra mit... Die haben Senyada. So, erstmal hier heilen. Erstmal heilen. Hier, bleib mal stehen. Ops. Anmachen, der auch mal. Oh nein, ich habe hier diesen... ...Damage... ...Shit bekommen. Fahnsinn, Yadda. Die haben auch einen Roadhog. Seit wann das denn? Nice. Winston Barriere. Umkämpft? Von wem? Hier ist keiner drauf. Yes! Doppelkill! Ich auch. Teleporter. Lächerlich. Ich muss ein bisschen beeilen, ne? Ich mache hier mal den... Ich will rush da nochmal drauf hier. Ja, sicher. Jetzt wird's massiv. Freunde. Massiv! Oh, scheiße. Der baut hier sein Türmchen auf. Schnell, weg. Machen. Oh. Geschmolzener Kern. Das ist nicht so nice. Barsie geschmolzener... Oh, ich wurde gezogen, gegrabt, gehobt. Wie auch immer. What? Haben wir das? Ja, wir haben Zeit drauf hier. Das ist schon mal nice. Ja, immerhin. Immerhin. Ach, zwei sind noch drauf von uns. Nice. Okay, jetzt nicht mehr. Shit. Voll der, ähm... Super. Ich warte hier mal. Was ist denn das für ein Bug gewesen? Durch die Wand. Das fuhre ich jetzt nochmal an. Das war durch die Wand. Das ist echt scheiße. Oh mein Gott. Dieses Spiel. So, das gibt's auch nur hier. Du, ich, die Wand, ey. Ich fass es nicht. Oh. Du hast es gekannt. Jetzt haben wir eine Tracer, oder? Nee, doch nicht. Immerhin die war. Ich hab so das Gefühl, dass es hier auf ein 1-Eis hinauslaufen wird. Oh, wir können es noch schaffen. Wir brauchen nur einen einorganisierten Bug. So, Tracer's down. Die ist geschützt dahin. Das ist, das nervt irgendwie ein bisschen. Das müssen wir mal angehen. Jetzt wird's massiv. Boah, was ist das denn schon wieder? Gerechte Strafe. Äh, Pharah auf dem Punkt oben jetzt. Nice, dass hier unser Reaper gar nicht da war. Ja, der ist ja von hinten drauf geflogen. Aber unser Reaper war nicht da. Wir haben ja ganz am Ende so, huch ja, ich bin ja auch noch hier. Komm, ein Drittel. Lächerlich. Oh, nein. Wurde gedubufft vom bösen Senjada. Mit DED. Wie jetzt? Der hackt. Aimbot. Report. Der war doch nicht mal drauf. Oh, nice. Rett mal drauf. Viertel noch. Viertel. Viertel noch. Los geht's. Oh, Senjada wieder. No fun alone zone. Die haben auch einen Reaper. So, jetzt macht ihr mal Pause. Yes. Jawohl. Sehr nice. Das ist ein Rang. Im Rang. Im Rang. Reinhard Steinhardt. Mit seinem Knüppel. Was ein Highlight. Damit haben wir da die beiden. Tschüss um. Da kam ruhig mal hier. 29 Prozent. Ich glaube das war schon Meisterleistung. Ach, 27. Hallo. 15.000 mein Freu. Episch. Yes. Episch. Mein Freund. Episch. Zweimal Gold zweimal Sillion. Du? Einmal Gold. Dafür 15.000. Ach, okay. Ich hab siebeneinhalb Tausend. Siehste. Lappen. Rank up? Rank up? Oh, nee. Ganz knapp. Rank up? Als ob. Nee, nicht dein Ernst. Doch, halt. Mal sehen. Jetzt mal sehen. Get on my level. Mother bitch. Klappe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.